Heute möchte ich euch expertflyer.com vorstellen. Mit Hilfe dieser Webseite könnt ihr euch die Verfügbarkeit von allen Sitzplätzen eines Flugzeugs anzeigen lassen. Dies ist hilfreich, wenn ihr einen bestimmten Sitzplatz benötigt oder vor der Buchung eines Fluges prüfen wollt, ob euer Lieblingssitzplatz noch verfügbar ist. Und das Ganze ist kostenlos. Zum Einloggen benötigt ihr entweder einen Account bei Facebook oder aber ihr könnt euch einen neuen kostenlosen Account bei Expertfly erstellen. Dies geschieht mit der Schaltfläche Signup unter der Überschrift free übersetzt kostenlos. Auf der nächsten Seite klickt auf den Link Signup without using Facebook. Alles was ihr jetzt noch angeben müsst ist euer Vor- und Nachname sowie eure E-Mail-Adresse und das von euch gewünschte Passwort. Klickt anschließend auf den Button Signup. Ihr erhaltet nun eine E-Mail mit einem Bestätigungscode und werdet auf die nächste Seite weitergeleitet, auf der ihr diesen Code eingeben könnt. Öffnet dazu euer E-Mail-Postfach. Falls ihr die E-Mail nicht sehen könnt, dann schaut in eurem Ordner für Spam-E-Mails. Die E-Mail enthält sowohl einen Bestätigungscode als auch einen Link. Ihr könnt entweder auf den Link klicken oder aber den Code kopieren und auf der Expertflyer Webseite eingeben. Kopiert hierzu den Bestätigungscode und geht zurück auf die Expertflyer Webseite. Die Seite zum Eingeben des Codes versteckt sich hinter dem Wort hier. Klickt auf den Link und gebt noch einmal eure E-Mail-Adresse an und fügt dann den Bestätigungscode ein. Ihr seid nun registriert. Auf der nächsten Seite erhaltet ihr die Bestätigung, dass die Registrierung abgeschlossen ist. Ihr könnt euch nun direkt mit eurer E-Mail-Adresse und eurem Passwort einloggen. Achtet dabei darauf nicht den Button mit Login mit Facebook zu verwenden. Nachdem ihr nun eingeloggt seid, könnt ihr euch einen Seed der Leute stellen. Dieser würde euch automatisch mitteilen, wenn ein bestimmter Sitz oder eine ausgewählte Sitzart frei wird. Wir werden die Erstellung aber nicht abschließen, sondern diese Funktion nur dazu nutzen, uns die aktuelle Seedmap anzeigen zu lassen. Ihr benötigt dazu einige Daten, die ihr normalerweise auf eurem Ticket findet. Flughäfen für Abflug und Ankunft, Name der Airline und Flugnummer, Datum des Fluges und in welcher Klasse geflogen wird, also Economy Class, Business Class und so weiter. Hinweis, enthält euer Ticketflüge mit Umsteigen oder Zwischenaufenthalt, so könnt ihr euch die Seedmap nur für jede Teilstrecke einzeln anzeigen lassen. Um euch ein Beispiel zu geben, lasse ich mir die Seedmap für einen Flug mit Malaysia Airlines von London Heathrow nach Kuala Lumpur am 23. Oktober 2015 in der Economy Class anzeigen. Bei diesem Beispiel handelt es sich um einen Flug mit einem Airbus A380. Die ersten neuen Reihen, Reihe 32-40, befinden sich im Oberdeck des Flugzeuges und werden daher in einer 242-Anordnung angezeigt. Alle weiteren Sitze in der Economy Class befinden sich im Unterdeck und daher in der 343-Anordnung. Expertflyer blendet auch die Hinweise von SeedGuru.com ein. Beachtet die Hinweise, da diese auch wichtige Vor- und Nachteile der Sitze aufzeigen. Am Beispiel seht ihr den Kommentar zum Sitz74K, den ich bereits in einem anderen Video und in einem Beitrag auf meinem Blog vorgestellt habe. Wenn ihr Teile eurer Suche ändern möchtet, dann klickt auf den linken Fallen Search. Es wird euch nun erneut die Suchmaske mit den bereits zuvor von euch eingetragenen Daten angezeigt. Ihr könnt diese nun nach euren Wünschen ändern und euch so den Sitzplan für ein anderes Datum oder in einer anderen Kabine, zum Beispiel Business Class, anzeigen lassen. Wenn euch der Sitzplan eines Fluges angezeigt wird, dann habt ihr auf der rechten Seite die Möglichkeit, euch Seed Alerts zu erstellen. Dieses sind Benachrichtigungen, wenn ein bestimmter Sitzplatz oder Sitzplatzart zum Beispiel Fensterplatz frei wird. Beachtet aber, dass diese Funktionen zum Teil Kosten verursachen. Wenn ihr die Eingaben für die Suche komplett ändern wollt, dann nutzt dazu den linken New Search. Ihr kommt anschließend wieder zum Suchformular, das ihr komplett ausfüllen müsst. Hinweis, ihr könnt zum Ausfüllen alternativ auch die IATA-Kurs der Flughäfen und Airlines verwenden, so euch diese bekannt sind. Die Verwendung der IATA-Kurs zeige ich euch nun an einem Beispiel mit British Airways. Ich habe dieses Beispiel extra gewählt, um euch die Limitierung von Expert Flyer zu zeigen. Unter Umständen erhaltet ihr eine Fehlermeldung, die im oberen Teil in Rot angezeigt wird. Um weitere Details zu dem Fehler zu erhalten, scrollt weiter nach unten. In diesem Beispiel hat British Airways den Zugriff auf die Karte mit den Sitzplätzen etwa 24 Stunden vor Abflug gesperrt. Ihr könnt daher nicht abschätzen, wie voll euer Flug sein wird. Malaysia Airlines hat diese Begrenzung nicht und so könnt ihr noch kurz vor eurem Abflug sehen, wie viele Sitzplätze bereits reserviert sind. Es werden keinerlei persönliche Daten der Reisenden angezeigt, einzig und allein, ob ein Sitzplatz belegt ist oder nicht. Ich hoffe euch hat dieses Tutorial gefallen. Solltet ihr Anmerkungen haben oder Fragen, dann hinterlasst mir einen Kommentar zu diesem Video oder sendet mir eine Nachricht. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.